Vielen Dank. Ich habe jemand Neues neben mir, das ist der Maxi Ahlers und übergebe direkt an dich. Viel Spaß mit deinem Talk. Ja, vielen Dank. Einmal noch kurz zu mir, genau, ich bin Maxi, bin dualer Student für soziale Arbeit beim Kreis Jugendringen Stormann und wir sind quasi so ein bisschen der Dachverband für alle Jugendorganisationen im Kreis Stormann, also Jugendrotkreuz, auch Ansprechpartner für Jugendzentren. Das heißt, uns ist es natürlich auch immer sehr wichtig, sehr nah an den Jugendlichen zu sein und deswegen möchte ich eigentlich auch direkt schon zu dem ersten Zitat kommen oder zu der ersten Aussage, Gaming ist Jugendkultur. Die Rolle des Spielens der Medien ist aus dem Alltag der Jugendlichen ganz einfach auch nicht mehr wegzudenken. Es nimmt einfach eine große Rolle an und deswegen ist es einfach auch wichtig, da einfach auch zu schauen, wie man das auch begleiten kann. Das heißt, es war nicht die Idee dahinter, mit der pädagogischen Keule immer so dieses Du, 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 sondern eher einfach ein jugendgerechtes Freizeitangebot zu schaffen für Jugendorganisationen, wie beispielsweise Jugendrotkreuz haben wir dabei. Wir haben Jugendtreffs dabei, aber auch eine offene Ganztagsschule ist auch beispielsweise dabei und das, was ich jetzt gleich einmal vorstellen möchte, das ist ein Konzept oder unser Konzept, mit dem man auch Fördermittel zumindest in Schleswig-Holstein auch beantragen kann. Da gibt es einen großen Pool oder einen Pool für gerade E-Sport auch. Genau, da möchte ich einmal auch auf das Konzept an sich zu sprechen kommen. Ein Team muss mindestens aus vier MitspielerInnen bestehen, natürlich wäre es schöner, je mehr, desto besser, dass zumindest immer ein Auswechselspieler, eine Auswechselspielerin auch mit dabei ist. Das Altersspanne ist um und bei zwischen 12 und 27 Jahre auch und das richtet sich explizit an Vereine, also auch Sportvereine hatten wir auch schon mit dabei. Wir hatten Institutionen der Jugendarbeit, wie zum Beispiel das Offene Kinder- und Jugendarbeit, Jugendzentren und uns ist es einfach auch wichtig, dass die Einrichtungszugehörigkeit einfach auch, dass man sich wieder von zu Hause, von der Couch sozusagen runterkommt und auch in die Jugendeinrichtung auch mal wieder geht und dort natürlich dann auch mal wieder neue Jugendliche kennenlernt. Oder auch, was natürlich das Allerschönste wäre, auch dann in den Jugendeinrichtungen Teilhabe zu haben, also beispielsweise auch mal Angebote der Jugendfeuerwehr, des Jugendrotkreuzes auch mal mitzumachen und nicht nur zu Hause vom Rechner zu sitzen und alleine zu zocken, weil je mehr Leute man um sich herum hat, desto mehr Spaß bringt es ganz einfach auch. Wichtig ist natürlich aber auch, dass das dann auch so ein bisschen begleitet wird. Dafür haben wir dann unsere TeammanagerInnen. Das sind in der Regel die EinrichtungsleiterInnen oder auch ehrenamtliche Jugendgruppenleiter. Die kriegen, von denen haben wir auch explizit auch Fortbildungen geplant mit pädagogischen Themen, die sich dann auch entsprechend auf die einzelnen Einrichtungen oder auf die einzelnen Situationen innerhalb der Teams auch mit beschäftigen. Also beispielsweise kam ein Teammanager zu uns und hat halt auch gesagt, wir haben momentan einige Leute, die neu dazugekommen sind, aber auch nicht richtig trauen, sich durchzusetzen innerhalb des Teams, ihre taktischen Vorstellungen so ein bisschen mit einzubringen. Wie kann ich das so ein bisschen initiieren? Und da hatten wir beispielsweise an einem Nachmittag einen sehr spannenden Vortrag von einem Referenten, der uns zu diesem Thema, wie kriege ich neue TeilnehmerInnen in die Mannschaft rein geliefert hatte. Des Weiteren haben wir auch zum Beispiel vom E-Sportverbund Nord einen sehr interessanten Vortrag bekommen, wo es speziell darum ging, wie trainiere ich eigentlich E-Sport? Weil die meisten EinrichtungsleiterInnen sind auch, oder einige sind halt auch nicht sonderlich fit in sowas. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass das so umfangreich ist, dass das geht von, wir zocken, wir haben eine Analyse, aber parallel dazu auch zu schauen, wie kann ich mich vernünftig ernähren, damit ich einfach auch wirklich mental fit bleibe und auch nicht dann einfach nur, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, Burger, Hotdogs, Cola, Chips, esse. Und auch natürlich auch zu schauen, wie kriege ich die Ausgleiche, also wie kriege ich auch Bewegung in das Team. Und genau, dann kommen wir auch nochmal zum letzten Punkt, der uns auch sehr wichtig ist, ist das Präsenztraining. Es soll, wie ich schon erwähnt hatte, die Jugendlichen sollen in die Einrichtung selber kommen, um dort auch mit Jugendlichen zu spielen und nicht über zu Hause, über Twitch, Discord, wie die ganzen Kommunikationsplattformen auch heißen, nicht zugeschaltet sein, sondern es ist wirklich das Interesse, dass die Jugendlichen in die einzelnen Einrichtungen kommen und dort auch vor Ort mit den Jugendlichen direkt kommunizieren können und dass da keine Internetverbindung zwischen steht oder ähnliches. Dann steht natürlich aber auch nicht nur das Pädagogische, weil das ist so ein nettes Beiwerk, sage ich jetzt mal so in Anführungszeichen, weil es steht natürlich der Spaß im Vordergrund, der Spaß für die Jugendlichen auch, dass die einfach auch mal in die, ja, für Jugendliche, die auch nicht das Geld haben, sich mal eben eine Xbox zu kaufen, dass sie auch mal teilhaben können, auch an so einer E-Sport-Liga teilnehmen zu können. Dann genau, die pädagogische Begleitung der Teilnehmenden, das habe ich auch eben schon erwähnt, das geht natürlich über die TeammanagerInnen, dass die TeammanagerInnen unser Sprachrohr sozusagen auch sind, aber auch, dass wir auf die Wünsche der TeilnehmerInnen eingehen. Dann möchte ich auch noch einmal ganz, möchte ich auch des Weiteren noch mal schauen, darauf, dass wir uns halt überlegt haben, nachdem das Konzept stand, wie können wir das für die Jugendeinrichtung gewährleisten, was brauchen die auch alles, also welches Equipment, denn wir wollten wirklich einen Unterschied schaffen zu dieser klassischen LAN-Party und damit das auch wirklich was Interessantes auch wird für die Jugendlichen und da habe ich auch später, da kommt gleich noch ein kleines Video, da wird auch noch mal ein bisschen gezeigt, was wir so an Equipment haben, also ich kann das einmal kurz erzählen, wir haben für jedes Team drei Gaming-Koffer, das kann man sich so vorstellen, so Transport-Cases für Event-Equipment, da ist dann eine Xbox drin, da sind zwei Gaming-Headsets drin, zwei Controller und entsprechend auch ein Gaming-Bildschirm und einer dieser Gaming-Koffer hat auch noch einen HDMI-Anschluss, sodass das auch groß gezeigt werden kann für alle anderen, die extern zuschauen möchten, aber nicht aktuell am aktiven Mitspielen sind, damit da auch immer noch ein drittes Auge von außen drauf gucken kann. Dann haben wir auch noch eine Homepage, stormanleak.de, dort gibt es auch beispielsweise eine Tabelle, wo auch sehr viele Statistiken, alle Ergebnisse aufgeführt werden, dann haben wir auch die Spiele auf Twitch gestreamt und haben uns dafür extra ein vernünftiges und ein wirklich hochqualitatives Streaming-Equipment ins Büro geholt, um das auch wirklich richtig gut auch mit kommentieren zu können, damit alle daran auch noch richtig gut dann teilhaben können. Und nun möchte ich einmal ganz kurz, möchte ich noch einmal die schönen Koffer zeigen. Genau, das ist so das Equipment, so sehen die Koffer von außen aus. Genau, gespielt wird Rocket League, da möchte ich gleich auch noch einmal näher drauf eingehen, warum wir genau dieses Spiel auch gewählt haben. Jetzt sehen wir noch einmal das Inlay, wie die Koffer von innen ausgestattet sind. Und hier sehen wir noch einmal einige Highlight-Videos aus einigen Spielzusammenschnitten. Das ist beispielsweise das eine Team Rocket Youths, das ist ein Jugendzentrum. Und dann haben wir noch das Team Elber, das ist eine Jugendfeuerwehr, beispielsweise aus Stormann. Hier sehen wir noch einmal einige Live-Impressionen aus dem Treff selber. Genau, und jetzt noch einmal ganz kurz auf den Hintergrund, warum wir Rocket League gewählt haben. Rocket League haben wir aus diesem Grund ausgewählt, da egal welche Autofarbe, welches Chassé gewählt wurde, der Spieler, die Spielerin keinen Vorteil gegenüber anderen hat. Und das natürlich ganz wichtig ist, damit es in der Hinsicht kein, dieses klassische Pay-to-Win einfach überhaupt keine Rolle spielt, sondern jeder Spieler, jede Spielerin hat einfach dieselben Voraussetzungen. Und das war uns einfach auch ganz wichtig, gerade im Hinblick auf den Wettbewerb an sich. Das klassische System spielen Best-of-Seven haben aber gesagt, das haben wir einstimmig auch mit den Team-ManagerInnen und den Jugendlichen beschlossen, dass tatsächlich alle sieben Spiele durchgespielt werden, damit nicht am Ende irgendein Team mehr Sätze gespielt hat, dadurch mehr Tore schießen konnte. Es wurde einfach gesagt, es werden alle sieben Spiele durchgespielt. Das ist so die Idee. Zu Beginn, also 2019, haben wir angefangen, nur den klassischen Spielmodi Fußball zu spielen. Da kamen aber dann in einigen Treffen mit den Team-ManagerInnen auch die Idee, auch mal andere Spielmodi, weil ja Rocket League auch verschiedene Spielmodi einfach auch bietet, wie zum Beispiel Eishockey oder auch Basketball. Da haben wir uns, mit Basketball haben wir uns doch sehr schwer getan, weil das ja doch ein sehr komplexer Modus ist. Und da gab es auch einige Widersprüche dadurch, dass einige Teams tatsächlich einen sehr wettkampforientierten Charakter hatten, wohingegen wir auch Teams dabei haben, die einfach wirklich in dem Sinne just for fun spielen. Und da dann halt auch von den Team-ManagerInnen die klare Aussage kommen, meine Kids, die spielen wirklich just for fun. Und da in dem Modus des Basketballs die Mechanik des Fliegens doch sehr vonnöten ist, wurde das ja doch erstmal wieder rausgenommen. Deswegen gibt es jetzt immer ein Wechselsystem, dass je nachdem, wie es gewünscht wird, auch drei und vier gespielt werden, also drei Blechfußball und vier Eishockey oder andersrum. Das ist dann immer unterschiedlich, je nachdem auch, wie das angesagt wurde. Und dann gibt es natürlich, hat Corona uns einen ziemlichen Strich dadurch gemacht zu Beginn. Das heißt, wir mussten leider tatsächlich eine Liga-Pause einlegen, dadurch, dass die Jugendlichen natürlich durch Corona auch nicht in die Institutionen können. Aber die nächste Saison soll tatsächlich auch dieses Jahr, Ende dieses Jahres noch starten. Und es geht auch tatsächlich nicht nur um einen Eintrag auf die Internetseite oder Ähnliches, sondern wir haben auch bei uns im Büro noch stehen unseren Wanderpokal. Der ist ungefähr hüfthoch, naja, ein bisschen weniger, aber das geht um den geilen Pokal und einfach auch um das geile Miteinander, eine geile Zeit. Okay, passt das? Ja. Wie kann man euch noch kontaktieren? Hast du noch eine Folie mit, genau, Fragefolie? Hast du noch Kontaktfolie? Genau, erstmal noch Fragen und genau, kontaktieren. Kontakt-E-Mail wäre e-gaming-at-kjr-stormann.de. Das werde ich aber gleich auch noch einmal mit einblenden. Habe ich auch gleich noch eine Folie dabei. Ja, mach das gerne schon mal. Genau, gibt es sonst Fragen? Also im Chat gab es bisher nichts. Hier gibt es dem Publikum eine Frage. Können wir von der Technik kurz ein Mikrofon bekommen? Das wäre super lieb. In der Zwischenzeit fand ich euren Teaser richtig gut. Also pumpt da noch so ein bisschen Musik dazu? Ja, ein bisschen Musik war im Hintergrund noch dabei. Ja, ja, das ist eine schöne Kamerafahrt um den Koffer herum und so. Ja, genau, das war unser Starting-Trailer für die Koffer, um zu zeigen, jetzt geht's los. Ja, okay, also wir haben leider gerade kein Mikro. Bitte deine Frage. Ich gebe es nochmal hier rein. Ja. Okay, also die Frage, weil ich muss nochmal kurz wiederholen, auch für den Stream. Bisher habt ihr Rocket League gespielt. Warum? Und gibt es auch die Idee, noch andere Spiele zu spielen? Genau, also Rocket League, habe ich ja eben schon gesagt, einfach aus dem Grund, da es ja da kein Besser oder Schlechter gibt, da geht es tatsächlich um den Skill. Und es gibt auch keine Vorteile durch die Autos. Klar, es wurde auch schon an uns herangetragen, ob wir nicht vielleicht auch nochmal andere Spiele spielen können. Also FIFA war ein ganz klarer Titel, der gewünscht wurde, aber auch andere Titel, wie beispielsweise Call of Duty. Aber gegen Call of Duty haben wir uns erstmal tatsächlich gegen entschieden, gerade auch aufgrund des Jugendschutzes, weil das ja schon mal eine ganz große Bandbreite des Teilnahmealters auch schon wieder ausschließen würde. Wenn wir jetzt mal überlegen, von 12 bis 27, dann würden die 12 bis 17-Jährigen komplett wegfallen. Deswegen haben wir uns prinzipiell erstmal nur für Rocket League entschieden und würden das jetzt erstmal so zum Laufen bringen, sage ich jetzt mal, oder weiter auch laufen lassen. Aber was die Zukunft bringt, sind wir natürlich offen, denn wenn sich auf jeden Fall ordentlich Teams dafür finden, die Bock haben, FIFA zu zocken, warum nicht? Wie habt ihr das jetzt gemacht, als das Haus schließen musste? Habt ihr da auch gespielt? Also habt ihr euch über Discord verabredet? Oder wie habt ihr das gemacht, so zu den Corona-Lockdown-Zeiten? In den Corona-Lockdown-Zeiten? Also mit den Team-ManagerInnen standen wir täglich in Kontakt, also was heißt täglich, aber über WhatsApp und Signal-Gruppen in Kontakt. Und wir haben beispielsweise in diesem Trainings-Editor für Rocket League, haben wir verschiedene Trainings auch für die Jugendlichen vorbereitet und denen das quasi die Codes, die dann dafür generiert werden, auch freigestellt, sodass die auch trainieren konnten. Natürlich war das zu den strikten Lockdown-Zeiten wirklich sehr, sehr schwer für uns, dadurch, dass ja wirklich erstmal keiner auch wirklich richtig in die Einrichtung durfte. Das war natürlich wirklich ein herber Rückschlag für uns. Aber wir sehen natürlich auch seit dem Lockdown, seitdem die Jugendlichen auch wieder in die Einrichtung dürfen, wurde das auch echt gut genutzt. Es ist auch schwierig, sonst den Koffer zu verleihen. Das wäre ja eine Möglichkeit gewesen, den Koffer nach Hause, wenn die keine Technik zu Hause hätten. Aber das ist natürlich eine Schwelle, die man dann ja auch zusätzlich hat. Einerseits der Lockdown, andererseits man könnte ja von zu Hause mitspielen, aber nicht jeder hat unbedingt die Technik. Aber der Kontakt ist geblieben. Der Kontakt ist stets immer zu den Teams geblieben, da wir, wie schon gesagt, einfach einen sehr engen Draht auch zu den Team-ManagerInnen hatten und da natürlich auch immer geguckt haben, also können wir denen irgendwie helfen, dass sie auch ihre Jugendlichen im Team behalten auch, weil natürlich irgendwann gilt das auch in Vergessenheit, aber da sind wir auch, das ist uns doch sehr gut gelungen auf jeden Fall. Discord regelt sozusagen. Discord regelt, dann bleibt man im Kontakt. Hier vorne gibt es noch eine Frage, vielleicht kann die Technik kurz, wir haben jetzt ein Mikrofon zur Verfügung für das Publikum. Bitte schön, die Frage. Ist an, ist an. Ja, ja. Frau Trang, einmal noch, macht ihr das, wenn die Schülerin oder die Gruppe verschiedene Skills hat, also weil einige schon sehr lange irgendwie Erfahrungen haben und andere vielleicht gar nicht das Geld oder noch nicht so viel Erfahrung haben, wie geht ihr mit so ungleich unsymmetrischen Gruppen vor? Das wäre noch mal eine Frage. Genau, also da hatte ich ja auch noch zu den Fortbildungen für die Team-ManagerInnen, auch schon erzählt, dass wir da einen Referenten wirklich für hatten, der die Referenten dafür auch noch mal so ein bisschen sensibler gemacht hat. Also so ein Skill-Gefälle hat man natürlich überall. Und also es ist natürlich immer auch so eine Frage, wie die Gruppendynamik das natürlich mitmacht. weil, also es gab natürlich Teams, wo es schwieriger war, aber es gab auch Teams, wo es wunderbar harmoniert hat, wo die Guten gesagt haben, so zu den etwas, ich nenne es jetzt mal der Schlechteren, nicht so Guten. Wir trainieren einfach noch mal ein bisschen intensiver und ich zeige dir einfach mal so ein paar Skills, wie kann ich fliegen und tatsächlich nach diesem Seminar sind dann auch wieder Rückmeldungen gekommen, wo dann auch gesagt wurde, das hat uns wirklich weitergeholfen. Also der, ich muss gerade mal kurz überlegen, ich bin der Meinung sogar, dass der Referent kam von den Hamburg Towers und es war wirklich ein total interessanter Vortrag, auch gerade in Bezug auf Gruppendynamik nochmal, weil man, ich sage mal so, auch ich im Studium habe eher die pädagogische Sicht bekommen und da hat man nochmal so ein bisschen den Bereich aus dem Sportlichen bekommen, was natürlich nochmal die Grundprinzipien dieselben sind, aber es sind natürlich immer nochmal gewisse Feinheiten, die immer unterschiedlich sind und das hat uns dann tatsächlich auch nochmal geholfen, auch gerade in Kombination mit dem Vortrag von dem E-Sportler vom E-Sportbund Nord e.V., der hat uns auch nochmal so ein bisschen, gerade auch mit seinen Trainingsplänen sehr unterstützt, wo ich ja, wie gesagt, auch schon echt wirklich überrascht war, was das für ein, ich sage es wirklich mal Pensum ist, was da, naja, abgeleistet wird, wenn man jetzt mal so ein Bootcamp, wie die ja heißen, anschaut, bin ich auch früher davon ausgegangen, geil, die sitzen 24-7 vor dem PC, aber da wurde ich dann auch echt wirklich eines Besseren belehrt, dass da wirklich auch Ernährung mit reinkommt, Ausgleichssport, was natürlich sehr wichtig ist auch und die Analyse. Okay, wenn ich das richtig überblicke, haben wir keine Fragen mehr hier im Publikum, im Chat kam nochmal die Frage, sollen noch andere E-Games dazukommen, das hast du ja auch schon beantwortet, da muss man einfach mal schauen, wie es ist. Abschließend bleibt die Frage, ihr seid bereit, euer Wissen zu teilen, wenn jemand noch keine E-Sports-Liga gegründet hat, kann man auf euch zukommen, ein bisschen Know-how austauschen. Genau, also das Konzept an sich ist auch auf unserer Internetseite zu finden, von der Storman League, da kann man sich das auf jeden Fall, also das ist auf jeden Fall öffentlich, das kann man sich immer durchlesen und ansonsten, wie gesagt, gerne auch an e-gaming at kjr, gerade nicht mehr angeblendet, aber überhaupt gar kein Problem, einfach eine E-Mail an e-gaming at kjr-storman.de, ja jetzt, wunderbar. Super, genau, ich habe dem gar nichts mehr hinzuzufügen. Maxi Allers, vielen herzlichen Dank. Deinen Applaus nochmal zum Abschluss. Gerne. Dankeschön, bleib noch einen Moment bei mir. Und zwar, wir gucken zusammen nochmal aufs Programm. Hier geht es jetzt nämlich gleich weiter noch. Wir machen wieder eine kleine Umbauphase und dann haben wir das Cenga-RPG, Vulkanausbruch, aber entspannt, mit Manu Fritsch und Sven Maderer. Ja, we will have a break and then we, the next, the next in Broken to Come is the Cenga RPG and it's an escape from a volcanic eruption and do it all in a totally relaxed way. Oh, I'm really, really excited to see this. And yeah, then after that, we have the Finissage mit Matthias Löwe und Vera-Marie Rodewald und Andreas Hedrich. Den Abschluss macht heute mit der Finissage Matthias Löwe und Vera-Marie Rodewald gegen 17 Uhr. Das wird dann leider nicht mehr gestreamt, aber wir sind noch einen kleinen Moment im Stream. Cenga RPG wird gestreamt. Und zwar, wer jetzt noch aus Hamburg zuguckt hier, ja, ich sehe nämlich gerade so ein bisschen, haben sich nochmal Wolken aufgezogen. Kommt in die Puschen, kommt vorbei zum Jupiter in der Mönckebergstraße. Jetzt, wenn man weiß, ja, Mönckebergstraße weiß ich, aber wo ist Jupiter? Genau gegenüber vom Saturn. Einfach reinkommen, zweites Obergeschoss. Wir haben nämlich noch einen Programmpunkt, der auch bis 17 Uhr andauert und zwar gibt es das sogenannte Creative Gaming Studio. Man kann einfach vorbeikommen, kann lustige Controller bauen, kann mit Bügelperlen sich einen lustigen Pixelart-Charakter machen oder auch ein eigenes Twine-Text-Adventure produzieren. Und, was man auch nicht vergessen darf, wir haben hier Spiele in der Ausstellung und seit gestern haben wir auch Gewinnerspiele. Wir haben einen Most Creative Gaming Award vergeben, einen Newcomer Award und einen Audience Award. Wer den gewonnen hat, verrate ich nicht, man kann es aber hier erfahren. Einfach vorbeikommen, spielen, richtig, richtig tolle Spiele. Das war's mit der Speakers Corner bei Blade 22. Unfortunately, the time is up. It's the finish of the Speakers Corner at Blade 22. Thank you very much for watching us and thank you all the speakers here and we will see us next year. Maybe here at Jupiter of course on the Twitch channel. Bye-bye.